im heutigen video zeige ich winter frühstück wie ich das mache könnt in meinem video sehen bitte nicht umschalten und bleiben sie dann hallo ich bin waldi und bei uns ist wieder winter seit zwei tage zirka angefahren und da ist jetzt also so circa 30 zentimeter also schon überall so tiefschnee und bei uns ist jetzt minus fünf und ich will also mit meinen gasgriller so dann frühstück vorbereiten aber das muss man sie sind wie im sibirien ich war im sibirien ist mehr als 20 jahre nicht mehr aber so wie jetzt also in deutschland passiert das ist fast wie im heimatberg damals und für heutige frühstück ich verwende wieder deckel vom ft6 und noch eine gussplatte ich habe jetzt bestellt danke andré für deine empfehlung und deine fotos wir waren vom kurzen zum beispiel so bei unsere freunde silvester gefeiert und da haben wir raclette gemacht und meine frau hat mir auch gesagt so schatz vielleicht kaufen wir auch also das und am tier also dann können wir auch also raclette machen habe gesagt nee lieber machen wir das auch also mit unsere grill und deswegen also ich habe jetzt also dann muss platte für grill gekauft eine seite ist mit rillen und da ist also komplett flach wie sieht man die ist schon schwer eine seite ist voll flach aber von dem länge also die passt sehr gut also rein das sieht man und da ist ablauf für öl ablauf zum beispiel auch kann man zum beispiel so rum legen andere seite ließ mit rillen und das ist sehr gut also zum beispiel für gemüsegrillen für fischgrillen wie kun hier kann man auch also zum beispiel eine gitter rausziehen und die passt rein aber das sieht man so dass die legt direkt auf dem gitter das heißt also da ist du so zirka so zwei zentimeter die könnte kürzer sein und das geht also wunderbar also die wird auch so richtig sehr heiß und kann man auch ob so so grillen oder direkt auf dem grillrost einlegen dann deckel rein und schalte ich grill an bei minus vier hau funktioniert sehr gut jetzt machen wir zu für heutigen video brauche ich dann eine große zwiebel ein bisschen parmesan trockene parmesan und pekken ein bisschen öl und butter und das war's dann so wird bei mir muss zuerst aufwärmen und in dieser zeit dass ich kann dann zwiebel schneiden heute ist aber richtig frisch aber sehr sehr schön draußen also und zwiebel kommt also gleich dann in der pfanne und meint dann gleich bacon heutigen gericht kann man auch in der pfanne zu hause machen ich mache das alles also draußen dass keine gerufe so innen innen drin bleibt und weg und mache ich nicht so stark anbraten leicht dass ich ihn dann rollen kann dass er nicht zu hart wird zwiebeln muss man auch immer wieder mischen riecht sehr gut im winterzeit sowieso so die erste bacon also muss ich schon rausnehmen machen wir zu so wie ich sehe zwei packungen wird zu wenig zwiebeln ist soweit fertig aber ich kann dann rausholen so jetzt andere geht und kann ich auch also dann raus holen da muss man nur leicht von beiden seiten anbraten die auch weg und jetzt mache ich dann bacon aufrollen so hinstellen mit bacon ich bin fertig also und das sieht sehr sehr gut aus jetzt kommt eier rein ein bisschen butter reingemacht jetzt mache ich das direkt ins grill rein so ungefähr und ein bisschen petersilien leider habe ich keine frische nur gefrorene jetzt machen wir den Deckel zu und fünf minuten und glaube ich wird fertig so mein produkt ist fertig jetzt kann man rausholen mein frühstück sieht sehr gut aus danke fürs zuschauen tschüss und bis nächstes mal so 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 so